Der Sound wird zu oft irgendwie unterbrochen, ich verstehe vieles nicht Immer wenn ich jetzt irgendwo Pate lese, muss ich immer automatisch an Ufo denken Dicker, fühl mich wie der Pate, Levels rufen, lass ich warten Oh man, ja und wir haben hier Massiv und ja, der arrogante Pate, ja Hobie Moment, ich geh zum Rolling Loud in München, geht ihr da auch hin? Kommt da auch Ufo? Kommt da Ufo? Weil ich glaub Ufo kommt Ufo kommt da auch, was geht ab, ja man, ahaha Junge, ich seh sie alle, sie alle werde ich sehen in einem Monat Kommt zum Rolling Loud nach München, ähm, ja Hobie, ich weiß nicht was das genau heißt, wir legen mal los Der Lambo, hey und vor kurzem, ich fahre morgens mit dem Bus entlang, ist da eine Garage offen In meinem Ort einfach ein Lambo steht, da wer hat hier ein Lambo bei mir? Genau, im Maybach mit dem Nokia Hey, ich frag mich immer, wie so Mais gebraten schmeckt, so ich seh das immer in einem Film Mit Archirett ruft mich niemals ohne Grund an Wir machen hoch und wir machen runter Wir sind Löwen, du ein Giant D Wir sind Original, du ein Falscher Fruppi Falscher Fruppi Hä, mal so ein ganz anderer Style, als ich gewohnt bin Wir packen vor die Shisha Shops Ferraris Wir zerblöseln euch wie Fatouche Ich komm mit schlecht gelauften Onkels ohne Aufenthalt von Beirut Moment Okay Ohne Aufenthalt von Beirut Stapel Cash wie Weintraubenblätter Doch die Stirn geht zum Boden fünfmal Richtung Mekka Bei Kran schreiterein, serviert wie Shisha und Schein Ich meine, it goes hard Ich komm alleine, denn ein Araber macht Stress wie vier Kommst du her, hey, hey, hey Immer diese, diese, ja Einspieler quasi so Wo die Qualität irgendwie ganz anders ist von der Voice Aber es klingt sehr interessant Also ganz mein Style ist es nicht Aber ich mag, dass es mal was anderes ist Ich finde die Musik wird sehr oft halt durch so kleine Sachen unterbrochen, das kann auch cool sein, aber es ist mir ein bisschen zu oft Ich finde die Musik wird sehr oft halt durch so kleine Sachen unterbrochen, das kann auch cool sein, aber es ist mir ein bisschen zu oft Also diese Schüsse Ja, Hobie Ja, Hobie Ich verstehe auch leider nicht alles Immer noch bei Lidl Wir sind Jungs auf dem Viertel Zwischen Blaulicht und Gürtel Zinker machen hier auf Ehrenmann am Blau Wieso die Jesus-Statür? Fährt er da durch? Ich wäre mit Archirett, ruft mich niemals ohne Grund an Wir machen hoch und wir machen runter Wir sind Löwen, du ein Wir Leute Und es ist gerade eine Werbung für diesen Dönerladen, kann es sein? Weiß ich nicht, ist nicht so mein Vibe Oh, okay, ich sehe jetzt auch hier viele andere feiern es jetzt auch nicht so Es ist einfach so, von der Musik her bietet es mir nicht so viel an, dass ich sage Das könnte jetzt ansatzweise irgendwie eine Playlist von mir reinrutschen So, ich mag, dass es mal wie gesagt was anderes ist, aber der Sound wird zu oft irgendwie unterbrochen Ich verstehe vieles nicht, ähm, gut, das, ich meine, ich höre auch Ami-Rap, da verstehe ich auch vieles nicht Oder bei Hoodblack gibt es auch Worte, Digga, keine Ahnung, da sagen welche sind arabische Worte Und da bin ich mir mit vielen einig und die hören sich einfach geil an Aber hier, Vibe ist einfach mit mir leider nicht so, ähm, ja, bietet einfach zu wenig an für mich persönlich Aber gut, es gibt auch immer welche, die sehen es anders so 17k-Leute sind davon überzeugt und, ähm, ja, mein Ding ist es nicht Ich danke euch trotzdem für eure Aufmerksamkeit, ihr könnt auch gerne eure Meinung unten reinschreiben Wie die die Reaktion, äh, geguckt haben Meistens ist es ja so, dass ihr das ja dann feiert Deswegen, ihr dürft gerne anderer Meinung sein und ihr dürft es auch gerne in die Kommentare schreiben Seid einfach nur respektvoll Und, ähm, ja, gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat oder ein Dislike, wer nicht Ich, äh, freue mich über jede Form der Interaktion Und, ähm, ja, danke für eure Aufmerksamkeit Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal Wenn ihr denkt Dann macht's doch besser, dann geht mal unten in die Videobeschreibung Da ist der Link zu meinem Spotify Und da könnt ihr meine Musik hören Dann könnt ihr sagen, so, äh, guck mal, deine Musik ist doch selber voll work, bla 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 Leute, ich danke euch, bis zum nächsten Mal, ciao Meine Zeit ist viel zu worth, ihr habt heute Abend Rendezvous Denn mein Opfer für den Tag, da sitz ich wieder nach meinem Blut